Was ist die Immobilie in Aschau? Beziehungsweise in den Bereichen von Sanierung und Fertigmachen der Immobilie zum Verkauf mit unserer Hilfe aufbereitet. Das Objekt wurde von uns in 2020 verkauft und wir haben hier natürlich einiges unternommen, um diesen Verkauf auch erfolgreich gestalten zu können. Das heißt, wir gaben nicht nur Tipps für die Renovierung der Immobilie, sondern wir unternahmen auch alles, um die Immobilie entsprechend aufzubereiten. In diesem Fall ist es gewesen eine 360-Grad-Rundumbegehung, professionelle Bilder für die Erstellung eines gedruckten Exposés. Und was natürlich besonders zu erwähnen ist, ist auch die Durchführung von Besichtigungsterminen. Bei der Durchführung von Besichtigungsterminen haben wir durch die Technik der Rundumbegehung sehr wenig Interessenten in der Wohnung gehabt, obwohl die Nachfrage zu diesem Objekt sehr groß gewesen ist. Unterm Strich können wir sagen, eine sehr schöne Immobilie am Fuß der Kampenwand zu einem Bestpreis verkauft, mit wenigen Besichtigungen und alles in Absprache mit dem Eigentümer, der, ich glaube, mit unserer Bearbeitung oder Verarbeitung des Objektes höchst zufrieden sein kann. Bevor wir natürlich mit dem Verkauf der Immobilie anfangen konnten, mussten wir natürlich mit dem Eigentümer auch über einen möglichen Verkaufspreis sprechen. Um diesen zu ermitteln, bedarf es einiger Recherchen, über die wir natürlich als Maklerunternehmen über diese Instrumente sehr gut verfügen. Das heißt, wir vergleichen nicht nur die indirekten Verkaufspreise anderer Objekte vor Ort. Wir haben natürlich auch Analysemarktdaten bezüglich Bewertung der Lage, des Umfeldes und alles, was in so eine Bewertung einfließen kann. Letztendlich arbeiten wir dann aber, um den Kaufpreis zu finden mit zwei Berechnungen. Das ist, wie gesagt, einmal der indirekte Vergleichspreis. Das heißt, mit Objekten gleicher Art, das natürlich manches Mal schwierig sein kann, weil keine anderen verfügbar sind. Natürlich aber auch mit der Berechnung des Sachwertes, der sich ja zusammensetzt aus den Preisen für Grund und Boden, aus dem Preis des Hauses zu den Gestehungskosten, hochgerechnet auf das jetzige Jahr und natürlich dann auch unter Berücksichtigung des Alters der Immobilie. Dies alles wird dann in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt und so ermitteln wir dann letztendlich den Kaufpreis, den wir dann auch dem Eigentümer in der Form über unsere Berechnungsprogramme präsentieren. Unsere Berechnungsprogramme sind für den Eigentümer sehr gut nachvollziehbar. Sie sind vergleichbar, was ganz, ganz wichtig ist. Und sie bringen uns auch mit der Erfahrung, die wir über den Verkauf der Objekte aus vielen Jahren natürlich haben, in eine Situation den besten Preis für den Eigentümer zu realisieren. Wir haben die Möglichkeit, uns an dieser Stelle Ihnen auch einmal vorzustellen. Diesem kommen wir natürlich sehr gerne nach. Die Firma Meiser Consult existiert seit 1995. Seit dieser Zeit sind wir im Verkauf von hochwertigen Immobilien. Neben dem ganz normalen Tagesgeschäft sind wir natürlich auch stark involviert in Kapitalanlageimmobilien, die von uns auch über unsere Internetseite angeboten wird. Viele unserer Kunden kommen auf Empfehlungen zu uns und ich glaube, das ist der beste Beweis für eine erfolgreiche Tätigkeit. Wenn Sie Näheres über uns noch zusätzlich wissen möchten, schauen Sie auf unsere Internetseite www.meiser-consult.de. Dort finden Sie alle weitergehenden Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.